Moin ihr Sonnenscheine, ich liebe Kunstgewerbe. Das ist ein Kerzenständer, hat mir meine beste Freundin Claudia geschenkt. Geil. Ich bin dabei, das Teil sauber zu machen. Ja, na gut. Ja, sieh zu, dass du ein ehrlicher Mensch wirst. Denn damit sorgst du dafür, dass es einen Schurken weniger auf der Welt gibt. Think about it. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salut hier aus. Berlin. Ciao.